jetzt anji anji da komm ich viel spaß hallo leute willkommen zurück bei red für uns letztlich was mit kabel und es geht weiter mit unserer karriere so wenn karte jetzt machen wir noch ein paar rennen ich habe das aber erstmal muss man auch sagen kontrollpunkt haben wir noch ein paar kenyon das muss man warte erst mal wenn die weiter ist einfach voll gettunnt aber ihr rund kurz ja man könnte versuchen versuchen wir mit rund kurz offen wir das wir erreichen etwas ja die maclaren die ist schon weg da haben wir eine spitze geräte um stark da ist wieder der wolf oder wolf ist wieder da ich weiß nicht ob ich kann gewinnen weil sie mal sehen ja ein paar cleverer manöver jawoll 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 ah diese 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 manöver ja auch nicht so argschau denn karte ist auch nur so weit weg oh dasімậm Ah, nein, 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 nein. Ich versuch mal, einfach zu fahren, wo ich kann. Okay, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ah, das war ein Mist wieder. Ja, genau, das war ein Unfall. Ah, Bewegung. Oh, ich weiß nicht mehr, was hab ich da gemacht. So, Wolf ist vor mich, aber... Hey, war kein Unfall. Wir müssen kämpfen, der Typ ist direkt hinter uns. Ja, ja, an der Kampf auch schön. Kasse auf, ein Porsche von rechts. Ah, ja. Und jetzt, das mit der Weiber, wenn sie dreht, das ist Wahnsinn. Ja, aber jetzt, jetzt, Niki, nicht, nicht so. Oh, ja, 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 ja. Ich war sehr gut am Anfang, aber dann, es war Katastrophe. Okay, jetzt. Ich habe die On-Brenz-Knopf gedrückt. Okay, jetzt versuche ich mein Best. Aber ich muss sagen, Viper ist einfach wirklich sehr schwer. Ja, ich versuche mal, okay, okay, ich treffe gern. Oh, aber Kampf mit Wolfen. Okay, das geht, das geht, alles okay. Stark, ja, ich versuche mal. Ja, ja, alles gut, alles gut, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Aber ich muss sagen, ich habe auch nicht so große Vorsprung. Aber das ist einfach wahnsinn. Okay, jetzt, Nitro, 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 Nitro. Aber Sie sehen auch, dass ich, ich fahre auch nicht so schnell manchmal. Ich versuche mal, gut das Wagen zu beherrschen. Zu beherrschen. Ja, ich bin in Führung, ja, das ist klar. Aber ich weiß nicht, wie groß ist meine Vorsprung. Ich bin in Führung. Oh, nein, nein! Ah, jetzt sind die alle wieder, ja, Einfälle. Und dann kannst du vergessen. Oh, nein! Aber sieh zu, dass du wieder schneller wirst. Ja genau. Ah, das ist Katastrophe jetzt. Und jetzt habe ich auch nicht mehr die Kontrollen. Okay, und jetzt lass uns um die Führung kämpfen. Okay, ich weiß auch nicht, wie ich bin gefahren. Abkürzt unten war das. Haben sie das auch gemerkt? Nein, lass mich vorbei, Niki. Ich bin lasse gefahren. Ich wusste, dass du es geschafft. Ja, wir haben das geschafft. Und 25.000. Aber gewohnt jetzt, ey. Okay. Jetzt gehen wir zu den Unterschupfen. Und dann werden wir mal sehen, ob... Ich habe etwas freigeschaltet. Teile wäre dann überhaupt nicht schlecht. Tune, ja. Leistung. Rennpaket. Nein. Getriebe. Das Nitro haben wir freigeschaltet. Rennpaket. Uh, kostet 11.000. Okay. Reif. Rennpaket. Ja, ich glaube, man sollte jetzt erstmal investieren im Rennpaket mit der Reife. Jawohl. Im Aftung sollte man einfach investieren. Auf jeden Fall, Drift braucht man nicht, weil die Drift sowieso wahnsinnig. So, jetzt Rennpaket mit Nitro, ja. Das machen wir auch. Äh, dauernd, ja. Geschwindigkeit bauen wir. Ah, machen wir auch auf Geschwindigkeit. Machen wir alles auf Geschwindigkeit. Weil da brauchen wir einfach auch viel in Geschwindigkeit. Okay. Äh, was haben wir noch frei? Hm, hm. Die Fahrwerk ist immer noch nicht freigeschaltet. Ah, sowieso. Okay. Einfach in den Korb legen. Ähm. Es geht fertig. Äh, wollte mal... So, ich wollte einfach noch etwas machen mit Optik. Lack-Vinyl, Felge, Scheibenverlieb, Bodenfreiheit. Das haben wir auch schön gemacht. Tiefgelege. Äh, äh, wie war das? Ich wollte noch Nachrüstung. Ah. Chaos Rigid. Ja, die Chaos Rigid ist auch nicht verkehr. Aber, so wie ich habe gemacht, hm, ist auch nicht so verkehr. Ja, ja. So, äh, Moment. Wo, 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 wo ist meine... Ah, eh. Motoroben. Spoiler. Nein. Felge. Ich wollte... Die Felge haben wir. Okay. Aber was... Ich wollte noch... Guck. Ah, Autos Guild. Funscht das. Eckstraße. Schürz. Ah, man könnte auch auch schauen wegen Stürz. Aber wo sind die, äh, Auspuff jetzt? Ich guck mal, was... Was man könnte machen. Nein, das wäre dann brauche. Ich hätte gerne mal mit die, ähm, Eckstoßstange. Ah. Die Eckstoßstange. Nein. Ich will die Eckstoßstange. Spoiler. Auspuffblend. Auspuff ist nicht mit Serienstossstange. Aha. Okay. Äh. Mit Serienstossstange. Äh. Welche... Äh. Was machen die da... Dazu? Ist das die Schürz? Vielleicht. Machen wir mal Schürz einfach so, ja. Ich versuche mal einfach... Mal schauen, was man erreicht mit dieser Autos Guild. Okay. Das ist dann jetzt. Wollen wir mal sehen. Nein. Eckstoßstange, ja. Ah. Ehe war das mit die... Okay. Äh. Nö. Okay. Äh. Die Schikane. Okay. Äh. Mama Schikane. Mama Schikane. Oh. Aber das war einfach zu heftig. Ich weiß auch nicht, wie viel das kostet. Das kannst. Ach. Mal probieren. Mal aus. Okay. Ich will einfach... Die Diffusion einfach verbessern. Jawoll. Aha. 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 Okay. Aber... Wie war das mit... Äh. So ein 3. Was haben wir in so ein 3? Okay. Okay. Ja. Ich glaube nochmal so. Ja. Installiert. Oder... Das sieht einfach sehr gut aus. Okay. Aber jetzt... Ich will die... Äh. Auspuff blind. Okay. Lieber... Wo ist... Kann man das einfach auch... Okay. Das sieht gut aus. Okay. Warenkorb. Wie viel kostet... Ist das mir alles? 21.000. Okay. Dann nehmen wir das. Alles okay. Jetzt... Wir haben eine... Bumm... Was die... Viper. Sag ich euch. Hahaha. Okay. Jetzt... Gehen wir mal Kaya versetzen. Velcat. So... Wir haben... Jetzt noch eine... Äh... Control Point. Kenyan... Ja wie gesagt... Das wird am Ende. Aber... Sie sehen auch das... Alle... Rennen das man gewohnt hat... Man gewinnt nur 500. Hahaha. Das ist auch einfach... Jetzt die letzte... Die Boss Rennen... Das wird auch einfach super. Aber... Erstmal... Hm... Ich weiß nicht ob... Kenyan... Wir haben noch drei Rennen mit Kenyan... Oder? Ne... Zwei. Okay... Dann würde ich sagen... Mal versuchen einfach jetzt mal... Bremsen und Fahrwerk... Wird auch ihre... Freigeschalt... Dann machen wir... Aber es lohnt sich... Die Control Point... Oh je... Jetzt sieht das Ding schon... Schön wahnsinnig... Ich muss auch... Schnell... Schnell... Schnell machen... Ja... Die Zeit läuft... Okay... Alles gut... Aber ich muss sagen... Mal können gut driften... Das ist wirklich ein Muskelpaket... Hahaha... Ich muss sagen... Schnell... 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 Okay... Ich habe auch nicht so viel Brunus bekommen... Aber ich auch sehr langsam... Schnell... Schnell... Und ein bisschen Nitro... Hahaha... Oh je... Aber das wäre zu knapp... Das wäre zu knapp... Das wäre zu knapp... Schnell... 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 Ich weiß auch nicht ob das... Schnell... Oh... Knapp... Knapp... Schnell... Aber wie... Wo es soll ich einfach Gas geben... Bis dann auch... Schnell... 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 Weg... 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 Nein... Boah... War wirklich knapp... Hahaha... Es war wirklich... Wirklich knapp... 98 Sekunden... Hahaha... War noch übrig... Hahaha... Okay... Aber das ist gelaufen... Das ist gelaufen... So... Zum Unterstüpf... Jetzt... Ich bin mal gespannt... Wir haben noch... Die Fahrwerk... Nochmal... Jetzt... Freigeschalten... Ich hoffe mal... Tune... So... Die Optik... Lass mal so... Nur die Leistung... Ja... Fahrwerk... Ah... Die Rentenpakette... Das ist frei... Hahaha... Fahrwerk... Untersteu... Untersteuern... Ja... Okay... Das machen wir einfach auch so... Und jetzt... Brems... Haben wir auch... Die Rennpakette... Und ich glaube... Das jetzt... Ballast vorne... Mal mal eine Mischung... Ja... Renn- und Licht-Brems-Belage... Ballast hinten... Ja... Okay... Das sollte eine gute Mischung sein... So... Kompressor... Wir haben noch... Nicht mehr... Normal... Das Fahrzeug ist jetzt... Getuned... Wie nicht mehr... Ordentlich... Ja... Ja... Jetzt... Voll... Vollgetuned... Da ist auch einfach... Nicht mehr etwas möglich... Okay... Da ist auch... Okay... Ja... Ich möchte die Teile kaufen... Okay... Wir sind auch bald an dem Final... Wie gesagt... Die Projekt... So... Need for Speed Carbon... Ist auch nicht so ein großes Spiel... Das ist einfach... Ich glaube... Die Folge... 31... Jetzt... Ich glaube... Noch zwei Folgen... Dann... Ziehen wir auch durch... Mit dem Spiel... Und dann... Machen wir... Need for Speed Eat... Ich hoffe... Dass sie werden auch dabei sein... Ich habe auch Bock... So... Canyon... Ja... Das haben wir auch... Einfach auch gesagt... Man könnte... Jetzt auch versuchen... Mal mit Canyon... Ja... Ich schalte mir die Zeit... Ja... Hop... Machen wir die Event... In Canyon... Ich weiß auch nicht mehr... Gegen wen... Sollten wir jetzt fahren... Ah... Gegen... Äh... Onji... 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 Ah... Wow... Aber jetzt... Wow... Erstmal neuer Start... Weil ich bin auch... Komplett... Falsch... Ja... Man überrollt sie... Aber... Die bremsen mich auch... Ja... Die Viper ist auch gut... Mit Drift... Und ich denke mal... Das im Canyon... Da könnte man auch... Gute Rennen... Bekommen... Und sowieso... Schaut dir das an... Mit die... Beschleunigung... Oah... Ich krieg sie auch einfach... Hehehe... So... Ich bekomm sie auch... Hehehe... Nein... 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 Nicht so... Ja... Ja... Ah... Ja... Das ist auch einfach die Sache... Hehehe... Das wenn du nimmst auch das Auto... Falls... Das du jetzt noch... Nicht vor Speed Carbon... Hehehe... Dann... Achtung... Die Viper... Oh... Die schiebt mich jetzt... Ola... 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 Wo gehen sie... Aber... Ist das eine Party... Nebendran... Ach... Ich weiß nicht... Ich habe einen guten Start gemacht... Werden wir sehen... Werden wir sehen... Werden wir sehen... Ah... Nein... Aber das ist... Am Anfang... Ich kann sie einfach auch schon... Absetzen... Glaube ich... Ja... Wenn ich sie auch nicht... Mehr vorbeiziehe... Ola... 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 Hahaha... Da habe ich noch... Minuspunkten gehabt... Und... Gegrasht... Ok... Neuer Start... Ola... Aber wie ist das passiert... Hahaha... Ja... Ja... Weil ich... Überroll sie... Und danach... Ich bremse... Ja... Ah... Ah... Diese Canyon-Rennen... Hahaha... Man merkt auch... Das ist einfach... Das End... Von dem Spiel... Von dieser Story... Ich habe jetzt überhaupt nichts mehr geschenkt... Ja... Danke... Aber ich überroll dich danach... Gegrasht... 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 Okay... Ich versuche mal... Sie jetzt... Komplett zu überholen... Aber sie schiebt mich einfach... Ja... Das macht doch keinen Spaß... Wenn sie... Schiebt mich... Lach nicht... Lach nicht... Lach nicht... Ich komme zurück... Ah... Nein... Ah... Neue Starten... Unfassbar... So... Aber jetzt dieses Mal... Ja... Okay... Los geht's... Okay... Ah... Neue Start... Hahaha... Ja... Es tut mir leid... Dass ich mache... So viel Neue Start... Aber das Schluss... Von dem Spiel ist einfach... Schön... Bitte... Ja... Oh nein... Ich hab's... Mich verschrottet... Hahaha... Hahaha... Okay... So... Aber ich habe keine... Aha... Und... Und die blockiert mich... Ja... 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 Ich hab's auch... Ich hab's auch nicht versucht... Aber... Vielleicht kann ich sie schiebt... Komplett weg... Hahaha... Es wäre auch einfach nicht schlecht... Oder... Hop... Weg... Ja... Ja... Aber... Jetzt hat sie mich trotzdem... Okay, ich versuch mal einfach normal zu fahren, ohne normalen Grad komme ich voll zurecht zurück. Nein! Ja, da bin ich mal gedreht. Boah! Ah, das war bitte! Ich hab sie fast überrollt. Nein! Hohohoho! Oh je, jetzt kannst du vergessen. Rückstand Wachs, ja. Und ja, ich mach auf den Fall. Okay, neuer Start. Aber ihr seht, dass einfach diese Canyon... Boah! Da brauchst du einfach eine gewisse Endling mit dem Lenkrad. Ja, sie hat mich auch einfach geschoben. Eieieiei. Aber Wahnsinn, ich hab's versucht die letzte Mal. Das hat nicht geklappt. Aber sie versucht einfach nicht mal einmal rum. Und ich brems so, so viel, dass sie kommt einfach auch wieder. Ah, das ist einfach ein Timing, das ich muss einfach auch lernen. Okay, weg 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 weg. Ah, nein! Es ist Wahnsinn wieder. Ah, Bewegung! Okay, ich lass sie ruhig für den Moment so in Ruhe. Und da komm ich auch langsam zurück, jawohl. Aber was fahren sie? Ein Camero, glaube ich. Die Camero, die... Ne, Challenger, die Neue. Die Neue. Die Neue. Die Neue, die Challenger, die Neue. Die Neue, die Challenger, mal kurz. Ah, ja, ja... Ja, da muss ich auch passen, weil die Rückstand wächst, ja. Ah, ja, 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 eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit, so, ich weiß nicht, wie lange werde ich auch die Part drehen, müssen. Ah, und ich habe sie überrollen und ich mache die Ferre, ja, 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 ja. Okay, langsam gebe ich, so, ich muss langsam drehen, ah ja, ja, ja. Nein, schön wieder. Okay, aber dieses Mal, ich versuch mal einfach mich durchzusetzen. Ich muss mich durchsetzen können. Okay, jetzt. Jawoll, 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 schieb mich, schieb mich, jawoll. Ja, 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 was war sie? Ey, Unfall! Hast du genug? Haben sie das gehört? Das war frech, oder? Das war frech, ey. Das war frech, das war frech. Zu langsam? Ach ja, hast du genug? Sie hat mich komplett auf die Seite geschoben und ralala. Ja, ohne Kamata. Okay, jetzt, aber ich spiele jetzt auch nicht mehr so der freundliche Red Dogs jetzt. Ich bin nicht mehr die freundliche Red Dogs jetzt, ey. Achtung! Da bin ich schön irritiert. Nein! Das gibt's doch nicht. Ich habe euch gesagt, dass die Canyon Rennen, das ist einfach, am Schluss, die sind nicht mehr normal. Ja, die hat mich noch überholt, ja, 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 ja. Ja, super. Ja, super. Good crash. Neuer Start, okay. Okay. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt lasse ich sie auch nicht mehr. Ich habe die Gegner überholt und das hat auch schon gelangt. Ich habe mich einfach vorne gesetzt. Geil. Wir haben Angie... ...zerstört. So. Okay. Und ich habe auch sogar die neue Challenger freigeschaltet. Okay, äh, was machen wir jetzt gerade? Ich fahre mal einfach rum. Aude rum. Okay. Wollte mal direkt zum Unterstupf gehen. Äh, ja. Zum Unterstupf. Okay, aber dadurch, ich werde sagen, es war eine gute Part mit viel Wiederholung. Wiederholung, Sie haben auch gesehen, aber so ging es mir auch manchmal mit dem Spiel, dass ich einfach tausendmal eine Renn wieder machen muss, bis das zuerst erfolge. Aber jetzt, ich muss sagen, wir haben noch zwei Rennen und dann ist die Boss-Rennen, so die letzte Boss-Rennen mit Darius. Da haben wir noch Wolf, das ist klar, Wolf, aber Wolf, ich glaube, das gelingt zwei Rennen und dann Kontrollpunkt, das machen wir noch, aber da haben wir noch einfach Zeit für die nächste Part. Okay, ich bedanke mich noch für zu schauen und wir sehen uns noch und bleibt dran und ich komme noch vorbei zu euch, ja, ich habe euch gesagt und die Kommentare, ich muss noch einfach relativ reagieren, weil jetzt, ich habe viel zu tun auf meiner Arbeit, es tut mir leid, aber ich versuche mein Best. Okay, ich wünsche euch viel Spaß weiterhin und ciao, mach's gut.